Willkommen zurück Leute und natürlich, wie soll es anders sein, ein Unfall. Ja, das war du. Hat jemand Reparaturkasten? Ich bin doch wieder völlig im Arsch hier. Ah, da hast du eine Winchester oder was hast du denn da? Jetzt hast du keine Munition mehr. Fangen wir mal mit dem Auto auf. Was? Gleich kommt so eine Todesmeldung. Wie tue ich mich denn wieder hier beleben? Ich habe wieder keine Ahnung. Guck gleich den blauen da hinten. Der kommt doch nicht raus. Tina ist tot. Nein, ich bin da hinten. Nein, ich wurde immer von so einem Idioten verprügelt. Wie kann ich mich denn wieder selber heinieren? Medical Self, ich weiß nicht wie das geht. Ja, Medical Self und dann Bandage. Bondage? Hä? Ja, das ist oben in dieser Leiste. Kann jemand selber reden lassen? Bei diesem gebrochenen... Ja, aber nicht wenn ich mich... Ich weiß nicht wie das geht, Leute. Hilft mir mal. Wenn du drückst Escape und dann oben links. Und oben links hast du so eine Sparte mit so einem Krankenhaus. Bis er macht das, er ist schon ohnmächtig. What, Alter? Ich hab jetzt... Okay, ich hab das assigned. Ich geh jetzt auf Medic. Medical Self. Ja. Dann hast du oben links so weiße Zeichen oben. Du bist schon geheilt. Auf das dritte. Danke. Und da steht unten Field Dressing. Field Dressing, Mann. Ich will doch kein Salat machen. Mach mal jetzt den Autonomer, Bitschen. Ich habe kein... Das ist ein schön Feed Dressing, ey. Hast du der Packet, Tina? Hallo, warum... Warum... Warum kann ich hier nicht mehr... Ah, da. Oh, nice. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nur noch drehen. Was ist los? Hast du der Packet... Ne, ich hab aber ganz viel Heal-Zeug dabei. Ja, wir können jetzt nicht... Leute, was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nur noch drehen. Dann drück mal zweimal Eich. Ja? Hallo, Bitsches. Yo. Achso, die da vorne, die Bitsches. Habt ihr eine Reparaturcast denn? Hallo, Bitsches. Hallo, Bitsches. Das ist auch eine klare Ansage. Die sind schon wieder. Was war das denn? Alter, bloß, was ist los mit dir? Keine Ahnung, Leute, Mann. Hast du deine Beine gebrochen? Ja, nee. Du... Mit deinem scheiß Schild wieder. Okay. Du hast vorhin dein Schild wieder um mich rumgefuchtelt. Jetzt ist er blutig wieder. Ja, hat jetzt jemand... Bestimmt war ich das. Ja, klar warst du das. War ich ja. Du bist es immer. Egal, wenn was passiert. Bitsches. Bitsches? Bitsches. Wir hatten doch alle... Wir hatten doch alle. Mindest... Ich hab doch... Hier liegt doch einer im Auto, Mann. Wie krieg ich denn die Kopfschmerzen weg hier? Ähm, dann müsstest du zum Arzt. Ich blieb dich schon... Irgendjahr hat das Auto... Was ist der Fahrer los, Alter? Sag mal, was machen die denn der Fahrer los? Tina? Ich reparier das Fahrzeug. Ich hab ein Repair-Kit gefunden. Los. Hör auf mit dem Funkgerät rumzuspielen. Ich hab... Das sind nicht deine Nippel. Ich hab' den Halt gehalt. Ah, gib Vollgas! Oh, steig aus! Gante, fahr... Fahr zurück. Gante, fahr zurück. Versuch quer hochzufahren. Ich kann aus. Aussteig. Bitschen. Es war rückwärts und versuch quer hoch. Das ist immer besser. Nein, ey! Oh Gott, der liegt am Fluss. Das Auto geht in die falsche Richtung. Ja! Ey, du musst nur noch fliegen. Oh, ich hab gar keinen Punkt geredet. Ey, du weißt, wenn du umdrehen machst, geht das Auto immer von dir weg. Ich weiß, warte. Ja. Geh mir kurz fahren. Ach cool, unser Auto ist wieder ganz. Geh mir kurz fahren. Wer ist denn da gefahren von euch? Der, der am Steuer sitzt immer noch. Oh Mann, ey. Er wollte umdrehen und gucken, ob wir ihm helfen können und ist dann... Da runtergefahren. Ah, guck mal, da kommen wir und helfen. Sehr gut. Oh je. Das wird gut. Das wird super. Weiter so, genau. Immer dagegen fahren. Sehr gut. Das sieht sehr professionell aus. Ich sehe uns alle explodieren. Wenn ich das esse mal. Wo ist denn da, Bruce? Du bist ja auch hier. Hast es auch geschafft. Warte, ich versuch mal was. Bleib mal kurz stehen so. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Ja nicht das Auto, sondern unser Igor hier. Der gerade hier. Fahr mal zurück. Fahr zurück. Ja mach. Der Freund war dann nur leicht am krank. Oh, 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 oh. Leicht am U-Boot. Oh Gott. Ich fahr dir da. Ja, fahr. Ja, fahr. So du. Ja, aber lenke auch. Lenken. Ich fange mich auch. Lass mich mal kurz fahren, bitte. Lass mich mal kurz fahren. Ich weiß, was der meint. Oh, oh. Bruce, nicht rückwärts fahren. Geh weg. Geh weg. Ja, ja, geh weg. Wow, nice job, man. Der war gut. So, ich hab mir das vorgestellt. Der Bruce kann halt einfach ausparken. Der war aber echt gut. Bruce hat es heute schon geschafft, einen Backflip im Auto zu machen. Komm und jetzt, jetzt macht ihr, genau. Genau, sehr gut. Genau. Bis er im Wasser landet. Ich schau mal von der anderen Seite, dass das auch alles richtig ist hier. Bruce, warum bist du denn ausgestiegen? Weil ich fast tot bin und zwar so richtig fast tot. Kann ich denn nicht heilen, irgendwie? Bleeding, warte mal. So eine Scheiße. Du laufst a lot of blood and in pain. Geil. Ich geb dir viel Dressing, okay? Hab ich mir gerade, eben. Ich mach auch so ne Kram. Ich hoffe, das hilft dir irgendwie. Salat. Ja, du musst jetzt so richtig... Woah, 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 woah. Alter, was ist mit den Bäumen passiert? Holy shit. Bruce, alles gut bei dir? Ach so. So, jetzt haben wir die Bäume gefehlt. Äh. Ich glaub, Igor ist tot. Oh, oh, da ist jemand. Oh ja, da ist was gestorben. Das ist Igor. Oh, Igor ist gestorben. Nimm mal die Kohle. Was liegt denn da für ein Schlüsselzeug? Ja, das ist... Das ist so ein Safarer, Mann, der gestorben ist. Tina, nimm mal die Kohle mit. Du kennst dich besser aus mit Geld. 500 Dollar. Ich bin weg. Ja, ich bin weg. Vorsicht, da liegt noch Donut. Nicht ausrutschen. Vorsicht. Vorsicht. Nicht, dass wir noch einen Toten zu beklagen haben. Mhm. Ich glaub, wir fahren mal mit dem Porsche weg hier, oder? Wo ist denn jetzt das Auto hin? Das liegt da drüben. Was, wo liegt das? Oh, what the fuck? Wie ist das denn, wie ist das denn passiert? Das ist einfach quer über uns drüber geflogen. Shit, das hab ich gerade verpasst, wie ich ausgepeilt hab, ey. Ah, schön aus. Ah, Bruce hat's gerettet. Naja, was heißt gerettet? Schaust du ja an. Ich glaub, den sollten wir mal in die Karre reinfahren. Ich glaub, ich muss ihm mal helfen. Shit. Bruce, ich soll dir helfen. Was? Was brauchst du das? Nee, dann müsst ihr den reparieren, sonst können wir damit nicht fahren. Naja, ich will den dran. Ja, fahren wir mal kurz zum Krankenhaus und dann holen wir Ego wieder ab. Alles klar. Mach mal die Karre auf. Die ist offen. Hey, Kollege, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich. Ja, ich bin in der Rebellion oben. Ja, wir wollten eigentlich jetzt zum Krankenhaus fahren und dann zu dir, aber... Ja, ich komm zum Krankenhaus. Okay, wir fern noch kurz. Das Auto ist offen. Okay. Ralf, du weißt schon, wo es zum Krankenhaus geht, ne? Ja. Ja. Gut. Nicht gegen das Auto fallen. Vorsichtig. Ist schön geflogen. Vorsicht, bitte. Sorry, Mann, wegen dem Auto. Ich hab meine Kraft ein bisschen unterschätzt. Ich finde, es war ein schöner Stunt. Das sah gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ich mein, ich mach das normalerweise nur in den Filmen. Aber es war jetzt die letzte... Ja, ja. Ich bin jetzt schon mal so echt Leben zu sehen, ist echt faszinierend gewesen, also. Super. Ich hoffe, das Auto ist nicht ganz zu kaputt. Okay. Ich muss jetzt mal zum Arzt, Leute. Bis später. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh, schön. Ich hoffe, das Auto ist nicht ganz zu kaputt. Links oder rechts? Ne, ist schon richtig. Boah, Alter, wie die Karre abgeht hier. Bitte fahr vorsichtig. Natürlich. Du bist nur meine Verküppel. Bruce. Haben wir helfen? Bist Bruce tot? Nein, 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 nein. Ich müsste kurz... Ich bin über Rot gefahren wegen dir. Ich lebe noch. Ist ein Notfall, ne? Denk dran. Ich sag jetzt nicht, dass irgendeine Wind steht. Gerade Rot. Seh ich gerade, aber okay. Trotzdem, es sieht so aus, dass wir nicht sterben. Ne. Ihr müsst rumschreien. Ich bin ja halbtot. Hilfe. Boah, du kannst schreien wie der Held. Hilfe, hallo, Entschuldigung, Hilfe. Hilfe. Ich hab ganz schwere Kopfschmerzen. Ich bin nicht gefahren. Es wär aktiv am Bluten hier. Ich. Der hier braucht Hilfe. Der hier. Der hier, Helikopter, Helikopter. Tina ist manchmal auch aktiv am Bluten. Sie möchten nicht wissen, was passiert ist. Also, habt ihr mal noch offene Wunden gerade? Nein. Oder wurden die Notfall... Nein, nein, nein. Ich bin nur am Kopfschmerzen. Ja, ähm, können Sie mir den Gefallen tun, einmal bitte dort auf dem Parkplätzen parken? Natürlich. Weil die hier in Notausfahrt sind. Mach ich. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie bitte einmal hinten in den RTB ran kommen? Ich mein, wir haben so einen Offroader, ne? Ja. Hinten den RTB bitte einmal einstellen. Ja, okay. Ich bin ja nicht verletzt. Ich hab mir Kopffehle. Also, ihr solltet euch mal absprechen. Wir haben uns abgesprochen. Alles gut. Nein, nein, nicht wir. Die zwei. Herzlichen. Ich hab nur Kopfweh und, äh, ich glaub ein guter Vollgas. Ja, ich hab auch Kopfweh. Heyo, komm mal her. Ich kann Ihnen jetzt eine Aspirin-Tablette geben. Haben Sie ein Wasser? Brauchen Sie noch ein Wasser? Ich brauch Wasser. Ich brauch Kopfschmerzen. Alles klar. Wo seid ihr? Ein Glas Wasser. Bei Medics. Können Sie bitte einmal die Aspirin nehmen. Die Nächste. So, anschließend muss ich mehrfach Ihren Puls überprüfen, dass ich Ihr Herzschlag sehr stark durch das Aspirin auswenden kann. Hast du gerade so laut geschluckt, Tina, sag mal. Ja. Krasser Schnell. Ich bin ja geübt darin. Ja, Mann. Ah, guck mal, da kommt. Unser schwarzer Freund. Äh, Leute, falls ihr mich sucht, ich lege hinten am RTW. Hallo, Bittchen. Wer sind Sie denn? Ach du Scheiße, was ist zu Ihnen los? Alles klar. Bomberman, bist du's? Tja, Bomberman. Pacman. Alles klar, die Frau. Ja. Ihr Herzschlag hat sich soweit wieder stabilisiert. Sie kriegen noch einen kleinen Aufwand. Alles klar, wenn ja, dann können Sie diesen Durchschlag, den ich Ihnen jetzt gebe, einfach bei der Krankenkasse einreichen und dementsprechend wird die Rechnung übernommen. Hallo. Ja. Ich trage einen Monockel. Guten Tag. Guten Tag. Das steht Ihnen sehr gut. Danke, danke schön. Was willst du? Ach so, ich gebe dir ein, zwei Dollar. Ich gebe dir ein, zwei Dollar. Wie gibst du mir so viel Geld? Hab ich gefunden. War das bei mir, oder was? War das bei mir, oder was? Ja. Alles klar. Brauchen Sie noch eine Wasserflasche dazu? Ja, das wäre super, weil ich habe so eine trockene Kehle gerade, sieht er. Sehe ich gerade. Alles klar. Hier haben Sie noch mal die Aspirin-Teilblätter. Alles klar, danke schön. Ich hause ihn mir mal rein. Ihnen geht dasselbe wie bei der Frau. Gib ich das Herzschlag. Was ist mit dem schwarzen Mann? Wir haben, hier gibt es keine Frau. Ich sehe hier nur eine Schlampe. Äh, der schwarze Mann. Ja, der bleib auch da. Wie Sie diese Frau bezeichnen, ist Ihre Sache. Ich muss mich da nicht ein. Okay, alles klar. Das ist nett von Ihnen. Könnt ihr mal die Klappe halten, bitte? Warum? Weil ich mich gerade unterhalte mit dem... Prost! Sind wir soweit fertig, oder brauchen Sie noch's von mir? Äh, Sie finden noch ein Epinephrin, dann sollte sich Ihr Herzschlag gleich wieder stabilisieren. Dann kriegen Sie noch eine kleine Rechnung. Sau cool, danke schön. Dann mal unterschreiben. Alles klar, danke schön. In der Krankenkasse. Hier. Unterschreiben. Alles klar. Wir haben Sie den Durchschlag und dementsprechend müssen Sie den Durchschlag bei der Krankenkasse einreichen und die Rechnung wird bezahlt von dem. Alles klar, super. Vielen herzlichen Dank. Haben Sie mir sehr geholfen. Ja, um Ihren Kollegen kümmert sich gerade mein Kollege. Darf ich da kurz mit hintergehen? Der braucht, glaube ich, moralischen Durchschlag. Ja, wenn Sie machen dann eine gemütliche Liege, da können wir mal besser nähen als hier auf dem Plaster. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen, sehr nett. Du bist ein Sanitöter. Das ist ein Sanitöter. Das ist ein Sanitöter. Pass auf. Oh Gott, oh Gott. Schauen Sie mal an. Kopfschmerzen. Lassen Sie mal Kaspar gehen, bitte. Das soll mir beistehen. Tina raus. Da ist ja Platz für Kaspar. Tina raus. Nein. Ich muss halt da sitzen, wo du sitzt. Okay. Komm mal, Tina. Steichel dich. Ich schwebe. Spock, komm herauf. Gut. Dann, wenn es Ihnen soweit wie der Wester geht, dann allemal rost hier. Frau Tortellini ebenfalls. Ich kann dir laufen. Das müssen Sie jetzt hier nicht in RTW machen, was wir auch immer vorhaben. Das war jetzt gerade ziemlich beendet. Das ist der Köpfer. Nee, der kommt nicht. Alles gut. Wunderbar. Noch was qualmt hier. Ich bin bei der Seite raus. Vielen Dank. Wenn das nächste Mal auch einfach bei den großen Türen raus ist, kein Problem. Nee, nee. Ich nehme immer den Hintereingang hier. Sneaky. Hintereingang? Ah. Ja, ich erzähle jetzt nicht die Geschichte von dir und Tina, ne? Das ist... Ja, ja, ja. Da bist du auch involviert. Nein, da war ich nicht. Mein, mein, mein Anzug ist immer noch weiß. Mein Anzug ist immer noch weiß. Also war ich nicht dabei. Ich war ja nicht unsere Hintereingang. Die Kante ist eine sehr komische, krumme Haltung. Ego ist die Hintereingang. Bitte was? Eine krumme Haltung hast du. Gibt es nicht noch irgendwie eine Rechnung oder sowas? Ach so, ja. Ich geh jetzt. Oh, ich hör meinen Händen. Mach doch. Wir brauchen wieder Waffen. Wo ist eure Waffen? Die haben wir doch vorhin verloren, wie wir überfallen wurden. Ja, ich brauche eine Rebellen-Lizenz. Ist das vorhin? Ich finde den Angang gut. Ist das nicht vorhin? Ist das nicht vorhin? Geil. Wow, wow, wow. Helikopter, Helikopter! Wo haben wir Plus gelassen? Helikopter, Helikopter, ich bin noch hier. Ja. Komm hier nicht rein, die scheiß Karre. Helikopter, Helikopter. Okay, bin drin. Oh, mein. Mann, was ist denn da gerade wieder passiert? Was haben wir denn da schon wieder erlebt? Erstmal Blinker. Kennt doch schon wieder der Igo, oder? Nix! Igo ist nicht wahr. Oh! Oh! Ja, doch, klar. Nein! Ach, doch. Ne, warte mal. Ach, doch. Igo fährt. Ach, Igo fährt. Was hast du denn für Klamotten da an? Du brauchst einen Turmhain auf. Ja, warum nix? Ich schaue doch sehr sexy aus, oder nix? Also Tina hat gesagt, ich schaue sehr sexy aus. Du siehst aber nicht so sexy aus, Viral. Ne, Mann, wir haben alle unseren Style heute gefunden, so. Finde ich ganz cool. Wohin fahren wir? Zum Rebellen? Ja. Ja. Ich baue wieder nur eine Deagle, alles andere verlieh ich viel zu schnell. Ich kann eben keine Deagle geben. Naja, und äh, Kramnovitsch, ich habe das Auto dann wieder erfolgreich aus dem Graben rausbekommen, indem ich es etwa 200 Meter in die Luft geworfen habe, ins naheliegende Feld. Ja, ich habe es leider nicht gesehen, aber es stand auf einmal auf der anderen Seite. Scheiße. Warum siehst du sowas nicht? Das ist doch mega geil aus. Also das, den ersten Flip vom Auto habe ich gesehen. Den vom Blau. Den, den ich gemacht habe. Ja. Der ist über die Straße geflogen, aber voll hoch. Und ist dann genau auf den Rädern in dieses Bällchen gelandet. Wo ich hab's umgedreht oder was? Ja, wo du verreckt bist. Ja. Danach. Und bist du eigentlich gestorben, was genau passiert? Ja, das Auto. Woop. Woop. Der, der Auto hat mich geberührt. Ja, berührt. Ja, berührt. Mhm. Ja, ich habe ja noch was zu trinken dabei. Das wäre super. Ja, ja. Habe ich. Im Auto kann ich dir nichts geben. Warum? Geht nicht. Ich finde keine Person. Hat auch hier. Komisch. Ich muss nicht mehr gelb. Danke. Wette. So, da sind wir wieder. Und wieder einmal. Stand hier nicht mal ein Turm rum, sag mal? Ja. Ja. H-h-h-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Und dann steig ein und dann steig aus. Ja, ich kann nicht mal mehr einsteigen. So, jetzt. W-ah. W-ah, w-ah, w-ah. W-ah, w-ah. W-ah. W-ah, w-ah. Kann man uns auch machen? Na klar. Sehr schönes Auto, Kollege. W-ah ich bist zu chillst, dass ich wieder verrecke hier. Ja, das ist eigentlich ein Panzer. Okay, zeig mal, zeig mal, zeig mal. Darf ich mal kurz noch weiter mitnehmen? Ja. Ja, steig ein. Ich brauch nur ne Diegel. Oh leck. Der geht gar nicht, der hat keinen Benzin, Mann. So, ich hab dir Geld gegeben, kaufst du dir Dezent. Geiler Scheiß. Du bist, ich liebe dich, Mann. Ich brauche auch alles. Ja, nehm, nehm. Ich, ich... Was, du? Ich brauch gar nicht so viel Geld geben. Ich kann nicht so viel Geld geben. Ja, ne, ich hab gesehen, wie viel Geld du rufen kannst du hast, Mann. Äh, ich kann mir kein Funkgerät kaufen, aber bezahl die ganze Zeit Geld dafür. Hast du... Wie viel Geld hast du noch? Jetzt hab ich 1,971 Millen. Wie viel? 1,971 Millen. Jawohl, lass mir im Arsch. Kannst du mir machen. Dann kurzstreckend Funk kaufen. 1,75. Gar nicht machen. Doch, jetzt hab ich eins. Hab ich gut. Hast du Geld? Hast du Lizenz? Ja. Hast du Lizenz? Ja. Gebt dir auch noch 500.000. Verliert man die eigentlich, sag mal? Nein. Hast du die Polizei nimmst, ja. Ey, wofür? So, hier. Ja. Nimm. Ich hab jetzt allen gegeben ein bisschen Geld. Was trau ich mir jetzt? Ey! Ey! Diegel Modern Muscle. Ist das dann ein Schalldämpfer für die Diegel oder was? Das darfst du ja. Siehst du ja an. Okay. Und es gibt so ein kleines... Das ist ein Muscle Breaker. Ja, es gibt auch so... Ich will hier was machen, Kollege. Das ist ein Rückschussdämpfer. Was gibt es noch so ein kleines Visier noch dafür, für die Waffe? Scheiße, ich weiß ja nicht welches das ist. Ah, das ist Visier. Bei der Waffe kannst du dir kaufen... Wie hieß das nochmal? Den Muscle Breaker. Hab ich? Und unten... Das ist Joris. Joris 2. Joris J2, ne? Ich glaube ja, ja. Ja, das müsste es sein. Alles klar. Ja, das ist wunderbar. Cooler Shit, danke. Joris, oder? Ja. Danke, Bruce. Hast du sehr schnell gemerkt, dass wir das gesucht haben. Ein bisschen Geld von der Bank abheben, ne? Ich habe jetzt einen Muscle Breaker dran. Oh necke, ey. Runden Zeit, ne? Läuft von mir. Jetzt will ich was machen hier. Willst du hier wieder schießen, oder was? Mhm. Nicht das Schießen, aber... Überfalle... Bin ich dabei. Und Leute, da wir jetzt endlich mal soweit sind nach der Gerichtsverhandlung und dieser ganzen Tortur mit den Unfällen, werden wir jetzt in der nächsten Folge ein bisschen Leute überfallen. Und ich hoffe, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal bei Legsite. Tschö.